Der Name des Spinnentankers ist TMS Calcit 6, Ex-Namen, Teutone, Weidmannsdank und Jörg Schepers, gemeldet erst in Schmachtenhagen, später in Bruten, Nationalität, Erstdeutschland und seit 2008 Niederlande, Länge, 84,84 Meter, Breite, 9 Meter, Tiefgang, 2,70 Meter, Tonnage, 1382 Tonnen. Maschinenleistung, 1197 PS, Maschine MTU 8 Volt 4000 M60, Baujahr, 1977, erbaut in Deutschland, Bauwerft, Deutsche Industriewerke GmbH, DIW, Berlin Spandau, gefilmt auf der Außen-Ems bei Mden Deutschland. Alle Schiffsdaten mit freundlicher Genehmigung vom Binnenschifferforum.de The inland tanker's name is TMS Calcit 6, Ex-Names, Teuton, Weidmanndank und Jörg Schepers, reported first in Schmachtenhagen, later in Druten, Nationalität, First Germany and since 2008 The Netherlands, Length, 84.84 Meter, Width, 9 Meter, Draft, 2.70 Meter, Tonnage, 1382 Tonnen. Engine Power, 1197 HP, Maschine MTU 8 Volt 4000 M60, Year of Construction, 1977, Built in Germany, Shipyard, Deutsche Industrie Worker GmbH, DIW, Berlin Spandau, filmed near Mden Port, Germany. All ship data courtesy of Binnenschifferforum.de De Binnenvaart tanker heet TMS Calcit 6, Ex-Namen, Teutonen, Weidmannstank en, Urg Schepers, voor het eerst gemeld in Schmachtenhagen, later in Druten, Nationalität, Aanvankelijk Duitsland en sinds 2008 Nederland, Lengte, 84.84 Meter, Breedte, 9 Meter, Diepgang, 2.70 Meter. Tonnage, 1382 Tonnen, Motorvermogen, 1197 Paardenkracht, Maschine MTU 8 Volt 4000 M60, Bouwjaar, 1977, Gebouwd in Duitsland, Scheepswerf, Deutsche Industrie Werken GmbH, DIW, Berlin Spandauw, Geschoten nabij de haven van Emden Duitsland. Alle scheepsdetails met dank aan Binnenschifferforum.de De vDon輕 3 De vNinsen 3 De vNinsen 3 De vNinsen 4 De vNinsen 3 Vielen Dank.